G-Class Meine erste Erinnerung der G-Class war, dass Jacky Ickes das Paris-Dakar-Rallye 1983 gewinnen hat. Für mich ist die G-Class ein einzigartiges Fahrzeug. Egal wo man hinkommt, die G-Class erregt immer auf sich. G-Klasse war für mich immer schon da. Der Anspruch an die neue G-Klasse ist klar. Da, wo G draufsteht, muss auch G drin sein. Und das bedeutet, die G-Klasse ist heute erstens klarer Benchmark im Offroad. Das muss sie auch bleiben, beziehungsweise noch etwas draufsetzen. Zweitens, die G-Klasse als Ikone steht mit ihrer äußeren Form für Ecken und Kanten. Die wollen wir natürlich erhalten. Und drittens, wir wollen im Komfort deutlich zulegen. Und das bedeutet Komfort im Auto. Und zum zweiten, Komfort beim Fahren. Wir haben die G-Klasse immer schon weiterentwickelt, von Beginn an. Jetzt, nach 38 oder fast 39 Jahren, war es an der Zeit, mal einen etwas größeren Eingriff vorzunehmen, um das Fahrzeug auch weiterhin noch zukunftsfähig zu machen und den Kunden und Marktbedürfnissen gerecht zu werden. Wie ist die G-Klasse? Some people ask me how we look at some of the different markets and the different requirements that those markets have. We take the ingredients that we already had, we simply make them better, and we're pretty confident that the markets will be pleased with that. Wie ist die G-Klasse? Well, certainly our customers will expect a lot of power. They expect to be able to go anywhere in their G-Klasse. They also expect that that new G-Klasse is going to be exactly how they want it. It's going to be the color they want, the wheels they want, the expression they want on the exterior and the interior. And we're going to be able to just deliver that, so they'll be very happy. Der russische Kunde erwartet, dass die G-Klasse eben die G-Klasse bleibt. Also im Äußeren und auch im Gelände. Die neue G-Klasse bleibt eine G-Klasse nur besser. Wie ist die G-Klasse? Der Auto ist quasi eine Brand mit über 30 Jahren der Geschichte. Of course, es ist eine große Verantwortung für die G-Klasse. Wie ist die G-Klasse? Die G-Klasse muss man sich sehr beherbergt. Weil die G ist die G-Klasse. Und ich glaube, dass wir nicht grundsätzlich das verändern können. Wir müssen die originalen DNA und Charakter der G-Klasse halten. Wir müssen nur eine neue Generationen werden. Wir müssen es in eine neue Generationen werden, damit es mehr clean und mehr contemporane. Und natürlich, wir müssen die Proportionen ändern, um die G-Klasse zu werden. Wir wollten es nicht komplett ändern, also wir haben die Charakter des Autos. Aber als wir die Autos kommen, dann sehen wir, dass wir alles verändert. Der Dashboard ist komplett neu. Wir haben eine simple Baseform auf dem Dashboard und einen körperlichen Dome in der Mitte. Und das ist ein Backbone für die Fahrer. Und wir haben einige lateste Innovations in diesem Fahrer, wie die UI mit einem Widescreen in der Mitte. Da es sich bei der G-Klasse um die Ikone im Konzern handelt, war klar, dass wir uns mit respektvoller Behutsamkeit an die Neuentwicklung heranwagen, aber auch sicher mit Mut Entscheidungen zu treffen und dem Kunden auch entsprechenden Mehrwert um Kundennutzen zu generieren. Die größten Veränderungen an der G-Klasse war sicher die Umkonstruktion der Vorderachse und der Lenkung, um dem Kunden nochmal deutlich mehr On-Road-Performance in den Fahreigenschaften mitzugeben. Weiter haben wir den Rohbau und den Leiterrahmen stark angepasst, um den hohen passiven Sicherheitszielen gerecht zu werden. Und wir haben den Triebstrang nochmal komplett überarbeitet, um auch in Themen der Antriebsstrangeffizienz und Traktion nochmal ein deutliches Plus mitzugeben. Wir haben die jetzigen Möglichkeiten, glaube ich, sehr gut ausgeschöpft. Da muss man behutsam vorgehen, damit der Klassiker der Klassiker bleibt. Aber dennoch war es die oberste Provision dem Kunden deutlich mehr zu geben. Und das haben wir sehr gut erreicht. In order to ensure a real On-Road-Performance also within our G-Class, we develop a completely new powertrain. We have a completely new transmission system. We call it AMG Speed Shift Plus 9 G-Tronic. We have an engine in the G-Class that offers even more power than the one you're used to right now. So we have a full package that ensures the performance on-road. Well, the biggest challenge in the development was surely to keep a G-Class a G-Class, but bring the drivetrain technology as well as the technology itself to the next level within this segment. The Mercedes-AMG G-Class will stay top of the line model offering a maximum in terms of performance as well as lifestyle. I am personally looking forward to the first smile I will see on the face of our customers or journalists when they see the car for the very very first time and of course drive it. Also aus meiner Sicht ist in der Fertigung vieles ganz besonders. Das beginnt, wie das Fahrzeug zusammengebaut wird. Der große Anteil an Handarbeit und die Komplexität, die wir hier auch den Kunden bieten können, weil wir in Handarbeit die Fahrzeuge herstellen. Das Herzblut, die Motivation jedes Einzelnen hier tagtäglich das Beste zu geben und hinter dem Fahrzeug zu stehen, das ist spürbar und darauf ist man hier sehr, sehr stolz in Graz. Wir haben auch einen gemeinsamen Slogan vor Jahren kreiert. Wir sind G-Klasse. Wir stehen hinter diesem Fahrzeug, hinter dem Produkt als ein gemeinsames großes Team. Das ist sie, unsere neue G-Klasse. So frisch vom Band, es fehlt eigentlich nur noch der Stern. Das kantige Design des Geländewagens bleibt erhalten. Die G-Klasse bleibt mit ihrem äußeren Erscheinungsbild eine Ikone. Zur G-Klasse gehören eben auch die Geländeeigenschaften. Das sehen wir vorne an den Stoßfängern, wenn es um Böschungswinkel geht, genauso wie die Bodenfreiheit. Aber auch das Fahrwerk ist absolut bemerkenswert. Wir haben eine Einzelradaufhängung an der Vorderachse, fünf Lenker Hinterachse, die uns sowohl im Gelände wie auch auf der Straße erheblich mehr Komfort bietet. Und wenn es um Komfort geht, glaube ich, lohnt sich auch der Blick nach innen. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, im Fahrzeug sieht man gleich, wir haben das Interieur komplett überarbeitet. Wir setzen neue Materialien ein und haben zugleich die ikonischen Elemente der G-Klasse im Interieur erhalten, wie den Haltegriff oder unsere drei Differenzialsperrenschalter. Wenn man hier drin sitzt, merkt man es auch gleich, wir haben viel mehr Platz im Fahrzeug. Hier vorne und genauso auf den hinteren Plätzen und auch die Sitze sind komplett neu für unser Fahrzeug und bieten sehr viel Komfort. Es gibt aber noch eine Sache, die ich auf jeden Fall noch gerne zeigen möchte, die uns hier in Graz ganz besonders wichtig war. Ich denke, Sie wissen, was ich meine. Die G-Klasse ist stärker. Ist stärker. Ist stärker. Ist stärker. Ist stärker als die Zeit. Jeder trennt. Than ever. Als Stahl. Than Schöttel. Than any other SUV design in the world. Als die Zeit. The new G-Class. Stronger than time. Thanksgiving. Das ist stärker als die Zeit. Die Zeit. Das ist stärker. Unser Jahr. Ganz. In der G-Class. Ich bin mit Stahl.